Ich versuche die Schiedsrichterin Berwin Özicek, die Athletinnen hereinzuführen auf das Träppchen. Wir sind jetzt in der Altersklasse U11 und U13. Wir haben hier als erste Starterin Marlene Waldmüller vom HSV Langen-Leban mit 37,9 kg. Als zweite in der Partie Doris Schober von Lachen mit 43,8 kg und Sophie Hadeck vom AKH Vösendorf mit 29,1 kg. Und die U13 Mädchen sind Juliane Madaegger aus Lachen mit 36,8 kg. 45,2 kg wiegt Marie Grundner aus Öblan und schließlich Barbara Fockenberger aus Lachen mit 56,3 kg. So, jetzt wieder einige Minuten Pause bis zu eurem ersten Versuch, der dann mit 10 kg von Sophie Hadeck eingetragen ist. Und ich darf noch einmal vorstellen, Berwin Özicek als Schiedsrichterin in der Mitte. Und in der Technikwertung werden wieder Gerhard Hofbauer und Herbert Schandl agieren. So, bitte die Bühne wieder verlassen. Und die nächsten Aufwärmversuche macht euch fertig. Auf in den Kampf, Torero! So, Sophie Hadeck ist schon beim Magnesiokisterl und ihr erster Versuch jetzt bei 12 kg. So, bitte die Bühne wieder verlassen. Förderverlust. Ab! Der Versuch ist Güll. Sophie Hadeck tritt an die Hand, der Zweiter Versuch. Hüfte exklusiv, streck dich ab, raus. Spann, sehr schön. Ab. 4,0. Ab. Doris Schober, gültiger Versuch und wir bekommen 3. So, die Barbara ist in der Hand, erster Versuch. Gültiger Versuch und wir bekommen 3. Sie selber wiegt 29. Schön hoch raus. Lief dir schneller werden. Der wird von Sprint gebracht. Und hopps. Der Versuch ist leider nicht gelungen. Was waren alle da? Ab. Ab. Da ist der Husner gekommen. Der Bruch geht rein. Das heißt, es sind jetzt die 3. Ab. Ab. Gültiger Versuch und wir... Erster Versuch. Und zwar bringen wir... Heißvorlangen-Lehbahn, erster Versuch, 18 Kilogramm. Fest auf dem Druck auf dem Fuß, mit Spannung. Spann, warten, ab. Gültiger Versuch und, was sagen die Herren? Schmeiß, ich schmeiß dich auf. Ab. Versuch Ergaus-Lofen, dritter Versuch bei 19 Kilogramm. Ab. Ihr Vater ist bei Nono-Pokalen und bei Europameisterschaften gestartet. Gelochen, Waldmüller in Vorberettung. Super, toll, super. Ab. Versuch ist auch gültig und wir erhalten drei. So, geht schon, länger entspannen. Fußsohlen spüren. Breite. Ab. Versuch ist gültig und wir bekommen 4,0. ab. Juliane Marderäcker, 22 Kilo an der Handel, ihr zweiter Versuch, Waldmüller in Vorbereitung. Ab, Versuch ist gültig und bekommt, Grundner geht. Gas jetzt an der Hüfte, spann dich ordentlich ein, Brust raus, einspannen, festnehmen, Gas, Atten, Atten, super. 4,0, wir sehen die letzten zwei Reißversuche, 23 Kilo jetzt von Marie Grundner-Öblan. Ab, Versuch ist gültig und. Ab, Versuch ist gültig und. Da ist sie schon, die Sophie aus Fösendorf, bei ihrem ersten Versuch. Ab, Versuch ist gültig. und die Wertung heißt ab ab versuche ich es es ist gültig und du darfst einen Weg kaputt werden du darfst du nicht schreiten aggressiver, schneller werden schön vorstellst spannen hoch umsetzen hoch umsetzen hoch umsetzen vollen Schub steig vor schieb weiter Fuß ab versuch ist gültig und schieb ab versuch ist gültig ab 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 schieb 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 ab versuch ist gültig und gultig und tober schieb ab schieb 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 der versuch ist gültig und reinkommen schieb 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 Der Versuch ist gültig und festnehmen, spannen, hoch bleiben. Der Versuch ist gültig. Der Versuch ist gültig. So geht schon. Ficken ja nicht vergessen, festnehmen, konzentrieren. Entschuldigung. Ja, hart jetzt, oben, hoch bleiben. Ja, warte. Ab. Auf. Oh, ich hab mal 28. Ja, hoffentlich bin ich fantastisch. Ich hab mich schon gesehen. Oh, ich hab mich schon gesehen. Hier ist ein Aindruck auf den Versuch. Der Versuch ist gültig. Dritter Versuch und Abschluss, Marlene Waldmüller. Gas zu dir, komm, hart bleiben, fest, ja, Sonne, mach dich, mach dich, fein, wo die Magie rein, ganz, ganz, ganz. Dünniger Versuch, der Versuch. Das war die Arschreifung, das war die Arschreifung, das war die Arschreifung. Die Arschreifung wurde vom Dünniger Versuch, das war die Arschreifung. Und jetzt Juliane Maderegger aus Lochen, 30 Kilogramm. Sie selber wiegt 36 Kilogramm. Komm mal, ruhig gehend lassen, ruhig aus mit dir, ruhig hier. Ruhig gehend, ruhig gehend lassen.